Hallo, ich möchte kurz auf etwas eingehen, was bei einer Diskussion mit einigen Muslimen auf deren Kanal passiert ist. Es ist irgendwie nicht so das wahre Format, dass da immer wieder Leute reinkommen, die dann ganz lange ganz viel Blödsinn erzählen und man eigentlich zum Thema gar nicht kommt. Und wie bei Iman TV vor wenigen Tagen hat es auch hier bei den Schiiten von Al-Batul eine heftige Überreaktion gegeben. Mir ist vorgeworfen worden, ich sei ein Lügner und hätte über den Koran gelogen und würde nichts machen als nur lügen. Habe ich das und bin ich ein Lügner? Nein, natürlich nicht. Es ist schiere Verzweiflung und eine sogenannte Übersprungsreaktion, weil demjenigen das pränglich war, was im Koran steht und ich halt das zitiert oder das erwähnt habe eben, was im Koran steht. Aber kurz zurück, weil einer der Apologeten hier sagt, während der Sendung, der sagt kaum etwas. Er unterhält sich mit irgendwelchen Leuten privat auf Kamera, was man ja sieht, weil er nicht bei der Sache ist, aber sich mit irgendjemandem unterhält. Und der kommt dann am Ende rein und denkt, er kann in einem so einem Endlosmonolog alles wegwischen. Das hat aber nicht funktioniert, weil das Blödsinn war und ich das gezeigt habe. Und Allah sagt, wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis und in ihnen selbst zeigen, dass es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Nein, ich will keine Zeichen, ich will Wahrheit. Ich will Fakten, ich will Daten, ich will die Wahrheit. Zeichen, Moment, was sind die Zeichen? Was sind Zeichen? Zeichen, dass zum Beispiel du mit einem Stück Steak eine Leiche wiederbeleben kannst. Glaubst du das wirklich? Nein, nicht unbedingt, nein, nicht unbedingt, nein. Es geht also um Zeichen. Zeichen, die mir nichts sagen und keinem anderen eigentlich auch nicht. Also was aber Muslimen beigebracht wird, ist nicht zu fragen, schon gar nicht zu hinterfragen, sondern zu gehorchen. Und das machen sie. Wenn aber jetzt jemand, der kein Muslim ist, etwas im Koran hinterfragt und etwas Absurdes aus diesem Koran zitiert, wird dieser als Lügner bezeichnet. Mehrfach. Weil sie hilflos sind in ihrer Verzweiflung. Und da machen sie dann genau das, was ich so häufig beobachte, und dass es zeigen, warum der Islam für einen normal denkenden Menschen mit voll intakter Fähigkeit kritisch zu denken, absolut keinen Sinn ergibt. Es ist sinnlos. Denn man muss akzeptieren, dass eine Leiche wiederbelebt werden kann, wenn man sie mit einem Steak schlägt, also einem Teil einer Kuh. Das muss man blind glauben. Und das ist das Zeichen, um das es hier geht. Schlagt ihn mit einem Stück von ihr. So macht Allah die Toten wieder lebendig und zeigt euch seine Zeichen, auf das ihr begreifen möget. Naja, hier in 273 steht ja ganz klar, zeigt euch seine Zeichen. Es geht also um dieses Zeichen. Das Zeichen ist, dass man einen Menschen wiederbeleben kann, indem man ihn mit einem Teil einer Kuh schlägt. Und daher meine Frage, ob er das wirklich glaubt. Da ist ja ein Zeichen, für den Gottes Islam zu sein scheint. Also glaubt er das. Und der Islam-Apologer Hamza verneint das und gibt zu, dass er das nicht unbedingt glaubt. Hans, glaubst du das wirklich? Nein, nicht unbedingt. Damit war der Fall eigentlich gegessen. Da er ja ganz klar erkannt hat, dass das, was für ihn ein Zeichen darstellt, für mich absolut nichtsagend ist. Ist ja klar. Und jawohl, ganz klar, ich war nicht respektvoll bei der Formulierung dieser absurden Behauptung. Na, wie denn auch? Aber ein Steak ist nun mal ein Teil einer Kuh. Und das ist nun mal so formuliert als ein Zeichen. Macht denn jetzt der Begriff Steak anstelle von Teil von ihr es besser oder schlechter oder weniger absurd? Nein, natürlich nicht. Und vor allen Dingen, ich kann Menschen gegenüber respektvoll sein, die sich diesen Respekt verdient haben. Nicht aber eine Formulierung eines Buches oder eines Buches allgemein. Okay, also was steht in dem Koran? Daraufhin haben wir gesagt, schlagt ihn, also den Mann, der gedötet wurde, mit einem Teil von ihr. Also ihr, der Kuh. Dann ist der Gestorbene auferstanden und hat sein Wörter genannt. Das heißt, Allah erweckt ebenso die Toten und zeigt euch seine Zeichen. Denn es ist zu hoffen, dass ihr somit drüber nachdenkt. Das heißt also, es ist ein Zeichen, dass ein Mensch, der tot ist, wiederbelebt werden kann, wenn der von einem anderen Menschen mit einem Stück einer Kuh, im Teil einer Kuh, also ein Stück Steak zum Beispiel, geschlagen wird. So, das ist die Aussage. Was ich gerade gesagt habe, ist, es steht im Koran, dass du mit einem Stück Steak eine Leiche wiederbeleben kannst. Das steht in Kapitel 2, Satz 65 bis 73. 73 ist derjenige, mit ihm, ich weiß nicht mehr auswendig, mit ihm kannst du sie schlagen und durch die Gnade Allahs wird er wiedererheckt werden, irgendwie sowas. Also ist das ein Zeichen, dass man die Leiche mit einem Teil einer Kuh schlägt und die Leiche dadurch wiederbelebt wird. Und deswegen akzeptiere ich auch keine Zeichen, weil es absurd ist, sondern verlange Fakten. Und genau aus diesem Grund, den wir jetzt hier sehen, weil jetzt jemand komplett ausrastet, der es nicht versteht. Und deswegen kann ich mit Zeichen nichts anfangen, sondern will halt Fakten. Er hat den Omit-Bruder, er hat den falschen Vers genannt. Er meinte 73, er meint Vers 73. Er hat 65 gesagt, aber er meinte 73. Ich weiß nicht, wer es meint. Hör mal, ihr müsst wirklich mal zuhören, ehrlich. Ich habe gesagt 65 bis 73. Okay, das ist jetzt alles ziemlich albern. Also ich habe dann nach einigen Hin und Her das von mir erwähnte Konzept, das war ja ein Konzept, nämlich dieses Zeichen. Und dann habe ich das als die eigentlichen und entsprechenden Sätze im Koran mit ihren dazugehörigen Nummern identifiziert. Und weil ich die auswendig kenne, da brauche ich nichts nachzugucken. Und um das Ganze zu erleichtern und weil ich das nicht erst seit gestern mache, habe ich gleich den ganzen Kontext mitgeliefert. Was aber schon wieder zur Verwirrung gesorgt hat, weil die Apologeten einfach nicht zuhören. Und das Gesagte, oder wenn sie zuhören würden, dann können sie das Gesagte nicht korrekt verarbeiten. Entweder nicht wollen oder nicht können, weiß ich nicht. Aber sie tun es auf jeden Fall nicht. Stattdessen wird mir wieder etwas in den Mund gelegt, was ich nicht gesagt habe. Weil hier die Apologeten einfach nicht zuhören und oder das Gesagte nicht verarbeiten können. Gott sei Dank hast du nach dem Kontext gefragt. Wenn du schlägst auf ein Stück Steak, dann kannst du Leichen wieder zum Leben erwecken. Ich hatte nie nach einem Kontext gefragt und auch nie behauptet, man müsse auf das Steak schlagen. Du kannst nicht sagen, dass das doch so ist. Ist es möglich? Ist es nicht so. Ist es möglich? Das war meine Frage. Das war meine Frage. Ich habe gesagt, glaubst du, dass es möglich ist? Ist es okay. Nein, es ist nicht okay. Nein, es ist nicht okay. Es ist okay, weil deine Absichten sind anscheinend nicht so rein. Ich kann nicht in dein Herz gucken, aber ich sehe es offensichtlich. Ich bin der Lügner, ich bin der Lügner. Du sagst, ich soll dir keine bösen Worte geben, Lügner und so weiter, aber du kommst und sagst, im Koran steht ein Steak. Daher habe ich auch explizit darauf hingewiesen, dass dies durch die Gnade Allahs geschieht, da ich den Wortlaut nicht auswendig wusste. Aber immerhin besser als die anwesenden Muslime, deren gesamtes Dasein auf eben diesem Koran basiert und das besser wissen sollten als ich. Weil ich aber schon länger beobachte, dass hier bei Al-Batuda die Kenntnis des Korans nicht sehr tiefschürfend ist und ständig nachgefragt wird, wo das im Koran steht, wundert mich das gehörig. Und anstatt jetzt die Wahrheit zu sagen, werde ich als Lügner bezeichnet. Wenn das wirklich so auf ein anderes Niveau, das ist lächerlich. Das ist lächerlich, Stefan, das heißt so wie es ist, lächerlich und du lügst. Wallahi, du lügst. Ich habe dir gesagt, ich kenne ihn und ich habe dir gesagt, du lügst. Wenn ich nicht lüge, wirst du dich dann entschuldigen. Und wenn jemand kommt und über den Islam lügt ganz klar und sich über uns lustig macht. Aber sobald jemand ganz offensichtlich lügt und sich lustig macht und die Leute wissen, dass zumindest in dieser Sache wir müssen immer recht haben, weil du lügst ganz offenkundig. Ständig haust du Sachen raus und eine Lüge nach der anderen. Immer und immer wieder. Dabei hat er einfach nicht zugehört und das Gesagte nicht verarbeitet und beschuldigt mich, etwas gesagt zu haben, was ich gar nicht gesagt habe. Es ist schon traurig, wie wenig Selbstbewusstsein er hat und einfach Sachen erfinden muss oder einfach Sachen so verändern muss, dass es in dieses zweidimensionale Denkschema passt. Wenn dann eine dreidimensionale Aussage kommt, ist das eine Overload-Situation. Und es wird irgendetwas fabriziert und dann darauf basierend ein Urteil gefällt. Was dann leider eine üble Nachrede ist, nämlich, dass ich gelogen hätte. Was ja ganz klar nicht der Fall ist. Zum Beispiel, wenn du mit einem Stück Steak eine Leiche wiederbeleben kannst, glaubst du das wirklich? Ja, das Wort Steak steht nicht im Koran. Ich habe einfach nur anstatt Teil einer Kuh Steak gesagt. Ändert das was? Nein. Ist es faktisch falsch? Nein. Das macht das Peinliche auch nicht peinlicher. Und das Absurde nicht noch absurder, bloß weil ich das Steak gesagt habe. Weil, guck mal, Lüge. Also genauso wenig, wie die wissen, wie man Wahrheit definiert, könnt ihr wahrscheinlich auch Lüge nicht definieren. Das ist nämlich ganz einfach etwas bewusst Falsches sagen, um andere zu täuschen. Mehr ist das nicht. Habe ich das getan? Nein. Habe ich nicht. Aber nur, weil ich statt Teil einer Kuh Steak sage, so auszuflitten, das ist schon sehr bizarr. Dein Leben basiert auf dem Koran. Du solltest nicht wissen, was im Koran steht. Wenn du nicht weißt, was im Koran steht, muss ich dir jetzt keine Koranstunde geben. Du solltest nicht wissen, wenn ich etwas sage, dann musst du zuhören, du musst es verarmen, du musst es verstehen und dann musst du wissen, wo es steht. Aber er brabbelt tapfer weiter und merkt nicht, dass es lächerlich ist, einfach weiterzureden und mir ständig ins Wort zu fallen. Meine Güte, wenn ich das was sagen habe, dann lass mich doch einfach was sagen, dann können wir uns ja unterhalten. Aber immer nur deine Version, alles was ich sagen darf, ist eine Zahl. Nein. Es steht da doch, dass jemand mit einem Teil einer Kuh auf die Leiche einschlagen soll. Schlagt ihn mit einem Stück von ihr. So, das steht da. So, dass ich jetzt ihn mit die Leiche ersetzt habe, das merkt er nicht. Ist mir auch egal. Aber wenn ich ein Stück von ihr mit Steak ersetze, das ist doch dann weder falsch noch gelogen. Es ist genauso absurd, egal welchen Begriff man nimmt. Ist es wahr oder falsch, dass man eine Leiche durchschlagen mit einem Stück Fleisch wiederbeleben kann? Nein, es ist ein absurdes Beispiel, um ungebildete Araber vor tausend Jahren zu beeindrucken. Mir ist das doch nicht. Ich habe also die Wahrheit gesagt, was der Islamapologie ja auch selber bestätigt. Gemeins ist aber, kommst du damit an. Es stimmt auch nicht. Ein Stück einer Kuh ist kein Steak. Kein Steak. Was ist denn ein Steak? Wo kommt denn ein Steak her? Es gibt Rumpsteak, es gibt Steak von Kühen. Er versteht aber selber nicht, wo das Problem ist. Beleidigt mich trotzdem als Person. Wie das ja Hamza auch ständig macht. Der klassische Ad hominem. Und das machen natürlich die anderen danach. Wahrscheinlich, weil auf meine Frage, was Wahrheit ist, nur Kopfschütteln folgt. Sie wissen ja gar nicht, was Wahrheit tatsächlich ist, weil in ihrer Welt Wahrheit gleich Koran ist. Was ist Wahrheit? Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Eine Definition von Wahrheit. Ich müsste den Duden aufschlagen, damit ich nachher sonst hausende Duden... Nein, wie du es verstehst. Einfach wie du es verstehst. Dinge, die wahr sind. Also tut mir leid. Ich sage dir gerade ganz ehrlich, ich kann dir darauf nicht antworten. Also es ist für mich eine komplizierte Frage. Das heißt, dass hier nur als Wahrheit akzeptiert wird, was auch als Ergebnis hat, der Gott des Islam existiert und ist für alles verantwortlich. Dann ist das Wahrheit. Das andere ist gelogen. Oder das Resultat unseres unehrlichen Handelns, weil wir ja nicht inbrünstig genug gesucht haben. Mein Argument war aber ein völlig anderes. Ich wurde angeblich durch einen Gott irgendwie und ohne meine Erlaubnis hergestellt. In der Erwartung, dass ich bestimmte Rituale durchführe. Genauso wie die Fabelwesen Tijen. Aber ohne mir zu sagen, was denn diese Rituale sind, die ich ja eh nicht verstehen würde, wenn ich den Ausführungen der Apologiten hier folge. Nur wenn ich die nicht durchführe, werde ich von einem allbarmherzigen Gott bis in alle Ewigkeit gefoltert. Aber es ist meine Schuld. Ey, wer glaubt denn so etwas? Ich habe ja ganz klar gesagt, dass ich Wahrheit suche. Und wenn, das habe ich ganz offen und ehrlich zugegeben, wenn da als Ergebnis rauskommt, dass da ein Gott verantwortlich ist, egal welcher, dass ich das dann akzeptieren werde. Das habe ich ganz klar gesagt. Ich habe sogar gefragt, wie ich das verifizieren kann und wie ich das abgrenzen kann. Wenn ich zum Beispiel einen anderen Gott, also Jesus bitte, er soll mir zeigen, dass er existiert. Wie kann ich zwischen den beiden dann unterschreiben? Aber das wird nicht akzeptiert, weil man ja dann die festgefahrene Meinung ändern müsste. Der auch gerade gesagt hat, wir suchen gar nicht nach der, Gott ist nicht die Wahrheit und das zieht er auch gar nicht in Erwägung. Naja, er weiß nicht, was Wahrheit ist. Das hat er ja sehr eindrucksvoll demonstriert. Er will aber über mich urteilen, ob das, was ich sage, wahrheitsgemäß ist. Was eigentlich nur dem Gottes-Islam zusteht. Was schon selten komisch ist. Das ist ja, also seine Glaubensbrüder da, die mannen ihn ja nicht sofort zur Ruhe und die halten ihn nicht auf, hier strafbare Aussagen zu tätigen. Und das war ja gerade bei ImanTV der Fall, wo man durchaus rechtliche Schritte in Erwägung ziehen könnte. Also, ich stehe da drüber und bin der bessere Mensch. Der Apologet, ich weiß nicht, wie ist er, Ronek, Runditsch oder so, macht sich jetzt aber hier doppelt lächerlich. Weil er wie ein Kind an Daniel appelliert, der ja nun überhaupt nichts damit zu tun hat. Er mich doch bitte maßregeln oder eingrenzen soll. Weil er selber etwas nicht versteht, keine Argumente hat, sondern einfach nur gekränkt ist. Seine, also komisch, aber seine Glaubensbrüder halten ihn ja auch nicht ab. Nur am Schluss wird milde darauf hingewiesen, dass er das netter hätte ausdrücken können. Daniel, ich bitte dich mal, ein bisschen aus Fairness deinen Kollegen dann eine kleine Bremse vorzuschieben. Dieser Fair steht nicht im Koran. Ich kenne die Stelle nicht. Und der bekannte Autor Salman Rushdie, der hat mal gesagt, niemand hat das Recht, sich nicht beleidigt zu fühlen. Und, na gut, ich nenne das beleidigte Leberwurst. Es ist halt wenig überzeugend. Der Islamapologet hat keine Argumente, kann keine Tatsachen vorbringen. Also ruft er in seiner Verzweiflung nach Zensur. Aber das Trauerspiel geht ja noch weiter. Jetzt haut Hamza ja genau in diese Kerbe und sagt, ich hätte ja, wenn ich ehrlich wäre, etwas anderes gemacht. Weil er ist gekommen, um zu debattieren und nicht um zu verarschen. Also wenn wir wirklich, wenn er wirklich ehrlich wäre und er sucht die Wahrheit, dann hätte ich nach dem Fairness gefragt, ja, ich möchte so ein Zeichen hier wie die Juden damals. Dann hätten wir ihm ganz normal erzählen können, ja, das können wir nicht, wir sind keine Propheten. Wir haben heute keine Propheten, aber der Prophet hat für uns gesorgt, dass wir andere Zeichen haben. Dann hätten wir dieses ganze Geredika hier nicht gebraucht. Woher wusste er das? Das ist die Frage, die man stellt. Er unterstellt mir ja auch ständig. Ich hätte nichts vorgebracht. Einfach, weil es in seinem Gehirn, also das eigene, völlige Versagen, er kann das einfach wegwischen. Er hatte nach dem mathematischen Fehler keine Entgegnern und ist von dem Problem weggelaufen. Und er merkte, er kriegt das nicht auf dem üblichen Weg aus der Welt. Deswegen hat er dann irgendwie das weggewischt und hat so getan, als ob das Problem gar nicht existiert. Genau wie das Argument, dass eben nicht alles paarweise hergestellt wird. Das haben wir auch eindeutig belegt. Das wird irgendwie gelöscht, weil ja der Koran recht behalten muss. Das ist aber nicht der Fall. Aber irgendwie haben die dann, hat irgendjemand gesagt, ja, aber es gibt ja Antiteilchen, also positive und negative Teilchen, das ist ja ein paar. Okay, ja, fein. Das kann man so sehen und dann kann man sagen, okay, dieses Beispiel können wir dann nicht anwenden. Das heißt aber nicht, dass die 528.000 andere Beispiele dann genauso ungültig sind oder genauso weggewischt werden können. Die bleiben bestehen. Das heißt also, es ist ein Fehler im Koran. Das ist halt leider so. Das ist genauso wie der Bienenfehler von Klausen, genauso wie das mathematische, dieser Erbverteilungsfehler, den ich vorgebracht habe. Aber der Ronetsch versteht es ja genauso wenig, da er schon wieder stichelt und sich gar nicht bewusst ist, was ich eigentlich gesagt habe. Er kann einfach nicht ruhig sein. Dass zum Beispiel du mit einem Stück Steak eine Leiche wiederbeleben kannst, glaubst du das wirklich? Nein, Mann, es war eine Frage. Ja, ein Steak ist ein Teil einer Kuh. Was soll denn dieses Rumgenörgle und dieses Rumgemache? Also hier liegt vieles im Argen. Und ich werde dann auch noch gefragt, warum ich den Islam nicht akzeptiere. Das ist doch purer Hohn. Also es macht doch keinen Sinn. Was bekomme ich als Antwort auf meine Frage, wie denn der Islam für mich heute mein Leben verbessern könnte? Nichts. Da kommt irgendwas von Paradies oder so. Ja, meine Güte. Andererseits sehe ich mangelnde Bildung, Argumente aus Ignoranz, keine Ahnung, was unendlich ist oder Evolution. Und einfach nur leere Behauptungen ohne Sachverstand oder Belege. Wenn ein anderer Moslem etwas Normales über Evolution sagt, entsteht direkt ein Streitgespräch über, und das heißt, über die Meinung der Muslime. Nicht Fakten sind ausschlaggebend, sondern die persönliche Meinung. Okay, und daher habe ich jetzt dieses Video, das habe ich ja aus vielerlei Gründen gemacht. Es geht mir darum zu zeigen, dass Albatul uns immer wieder mit geänderten Zeiten und Inhalten konfrontiert hat, sodass eine Vorbereitung nie eigentlich möglich war. Und wenn man vorbereitet war, dann wurde das Thema gewechselt, sodass man das nicht vorbringen konnte. Und dann zeige ich, dass hier noch viel Arbeit nötig ist, damit andere Menschen nicht so arrogant und überheblich behandelt werden, sondern ernst genommen und mit Aufmerksamkeit gehört werden sollten. Der, naja gut, das ist der übliche Schwachpunkt Debattenkultur. Aber, guck mal, bei dem ich mir ja auch an die eigene Nase fassen muss, weil ich da auch oft über die Stränge schlage, wenn ich provoziert werde. Ja, gebe ich zu, und das muss auch besser werden bei mir. Aber es muss auch zugehört werden, ohne selber irgendwelche Fehleinschätzungen und voreilige Schlüsse zu ziehen. Es darf einfach nicht passieren, dass da irgendetwas, jemand anderem in den Mund gelegt wird, was da nie gesagt wurde. So geht das nicht. Und gerade Menschen ohne Götterglauben sind hier besonders kritisch und brauchen nicht nur gute, sondern hervorragende Argumente. Nicht die üblichen vagen, oberflächlichen Wischiwaschi-Zeichen, wie wir sie hier bei Albatul bekommen haben. Obwohl ich, okay, ja, ich bin schwer enttäuscht, dass die Begegnung alles andere als optimal war. Weil ich bin mit einer völlig anderen Erwartung da reingekommen. Aber ich bin bereit, die vorbereitete Diskussion über einen weiteren Fehler im Koran durchzuziehen. Nämlich das mit der Entstehung des Menschen. Weil Wahrheit mir wichtig ist und hier genau die Falschaussagen und Falschdarstellungen sehe, die ich seit Jahren widerlege. Die aber immer wieder rausgekramt werden. Die Aussage ist falsch. Ja, Beweis mal. Ja, okay, das ist gut. Dann beweist man, dass das falsch ist. Wir sind daran interessiert. Das ist genau die Zeichnung, die ich vorbereitet hatte für Embryologie. Das werde ich widerlegen. Leute, hier, bevor er dann euch manipuliert. Hier, schau mal. Er sagt, das stimmt nicht. Ich sage, hier ist mein Beweis. Wo ist dein Beweis, dass das nicht so ist? Naja, das Heftchen habe ich auch. Hier ist genau das, was Hamza in die Kamera gehalten hat. Nur ist das zu chaotisch, da jetzt was hochzuhalten und jetzt ad hoc eine fundierte und akademisch korrekte Widerlegung vorzubringen. Das geht so nicht. Ich kann und nein, Hamza, ich werde auch niemanden manipulieren mit der Wahrheit. Das wirft er mir ja vor. Sondern mit Daten, Fakten und Informationen seine Behauptungen bestätigen oder widerlegen. Wie sich das gehört. Das ist mir alles zu chaotisch, was da gemacht wird. Da brauche ich keine persönlichen Angriffe, die letztendlich irrelevant sind und nur die eigene Unsicherheit widerspiegeln. Genauso wie es völlig irrelevant ist. Was da steht, da ist nur Behauptungen, also in diesem Heftchen jetzt, da ist nur Behauptungen, sind ohne Beleg. Achso, ne, stimmt, im Koran ja auch. Da gibt es keine Belege. Er kann also nicht einfach sagen, hier ist mein Beweis. Sonst kann ich auch eine Skizze machen und sagen, hier ist mein Gegenbeweis. So funktioniert das nicht. Das muss schon etwas fundierter sein. Und ein weiterer Beweggrund für mich, dieses Video zu machen, ist zu zeigen, dass logische Fehlschlüsse, das sind Todsünden, die nicht viel bringen. Man muss schon verstehen, was Strohmänner sind, Appominems und ganz viele weitere, damit man sie vermeiden kann. Jetzt sage ich nicht, dass ich die immer und konsequent vermeide, weil ich auch nur ein Mensch bin und deswegen auch Fehler mache. Aber ich bin mir zumindest, wenn man es mir hinterher sagt, dessen bewusst und entschuldige mich, wenn ich da irgendwie Mist gebaut habe. Also, okay, ich bin gespannt, ob dieses Video etwas bewirkt und ob es tatsächlich eine weitere Begegnung geben wird, die dann hoffentlich sachlicher ist und nicht aus den immer mehr Teilnehmern besteht, die da irgendeinen Blödsinn erzählen und das auch noch stundenlang. Das Format, dass hier ganz viele verschiedene Leute reinkommen und ganz viel, ganz lange, völligen Unsinn erzählen, das funktioniert nicht, wenn man ernsthaft einen bestimmten Punkt besprechen will. Naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.